hallo und herzlich willkommen zu einer folge rocket league und zwar crate opening wir fangen auch direkt mal an 25 kisten werden geöffnet ist jetzt schon länger kein rocket league video mehr gekommen das tun wir erstens mal leid und zweitens man ja dann auch hier schon mal den grund denn und zwar cool das geil das geht ja ich will gerne jedes item einmal haben das ist ganz chillig wonder man wheels natürlich die hätte ich gerne am liebsten und zwar liegt das einfach daran dass das spiel für mich im moment nicht spielbar ist es ist so voller lags schon letzten monat ab letzten monat war das irgendwie seit diesem großen update hat es nur noch weihnachtshaus cool bitte in der farbe hat es noch gelegt und jedes spiel fängt mit lags an ich weiß nicht obwohl ich einen 20er ping habe komisch mal schauen vielleicht fixen die das und dann wird man auf jeden fall öfter mal videos wieder sehen wobei er jetzt das event läuft und das heißt halt ich werde halt eh mehr spielen und die dekodierer zu kriegen dann auch cool ja der weihnachtsbaum der sieht echt cool aus in schwarz painted habe ich den gesehen der sieht nice aus der sieht richtig geil aus sind generell schwarz noch mal frohe feiertage ich meine wenn wir genug kriegen können halt ein import-upgrade machen trade-up kriegt man auf jeden fall 100 da kriegt man halt weil es die einzigen exotischen sind ich bin jetzt noch mal die items nicht durchgegangen weil ich mir eigentlich ziemlich sicher bin dass ihr die items eh schon kennt weil das update ja schon von paar tagen gekommen ist dann bin ich mal direkt reingesprungen ich finde das so hässlich ich finde das so hässlich aber es kann ja nicht sein dass eine neue kiste kommt und ich mache dazu kein opening wobei letzte velocity create habe ich auch nicht gemacht ich finde ich war auch nicht so gut ne die fand ich fand ich auch nicht geil und nicht das rentier noch gar keine kiste öffnen mit diesem neuen system welches neue system ich weiß nicht man soll jetzt andere sachen oder nein du musst einfach nur x drücken und dann wählst du den key aus lackiert ja gut aber mensch ist halt ne ich glaube bernst du den schlüssel ja das war eigentlich sauber ja weil ich den key also dieses key auswählen halt angemacht habe damit man halt auswählen kann ob man einen trade block oder einen normalen key nimmt wonder man's nice die sehen so hübsch aus das ist mein glück die sind so geil zwar leider nicht painted aber immerhin ich finde die brauchen noch nicht painted sein die sind geil aus die kosten perfekt zu deinem auto die sehen so nice aus da haben die echt gute arbeit geleistet ich würde auch sagen die wonder mensch sind so in den top vier räder für mich jetzt persönlich und das spielen halt also ich bin ganz oben mit mit den vortex mit den drakos mit den sombers ganz sicher wo ich würde sogar sagen ich finde halt insgesamt sind die vortex mit die besten das wollte ich am geil wintersturm und wenn die vortex ist jedes rad geil und bei denen ist es genauso dass jedes rad geil nein nicht das rentier ich habe gerade gesagt ich finde das am hässlichsten ich habe glaube ich jetzt schon vier bekommen oder drei oder vier ja keine ahnung painted wonder mensch fehlen uns das ist painted glaube ich das hat gelegt es sieht aus wie berns sienna näher die die kugelchen sind ist das nein das ist gar nicht gelegt hat voll gelegt das hat mich verwirrt ich fand die normalheit besser als kennst du das diese youtuber also aber das auch schon mal gesehen die dann sagen wenn ihr jetzt like das video dann kommt auf jeden fall was geiles und jetzt werde ich euch mal aufklären egal ob ihr liked oder nicht was ändert mich aber leicht trotzdem aber den weihnachtsmann gibt es dann meint das jetzt und leipend bleibt es danach dann habt ihr nämlich nichts verloren so gucken ob es gewirkt hat kommen jetzt die alle brav entleicht ja ihr habt entleicht dankeschön also theoretisch das ist ja echt was gut ist ja das import sind geil import sind super jetzt leicht mal bitte wieder könnt ihr bitte liken kommt das wird total falsch an das zu sagen jetzt müsste den daumen hoch geben damit wir jetzt wieder was gutes kriegen es klappt es klappt halt bitte und ist an einen kann das like sondern den daumen hoch wieder weg machen bitte zertifiziert stürmer nein nein ich finde richtig hübsch ja 1 kannst du ja haben so ich habe ja ja alle 25 stück ich hoffe ihr habt den daumen entfernt ja ich glaube der jamie hat den daumen nicht entfernt sonst hätten wir wieder einen import bekommen ich habe auch gehört wenn wir jetzt ich mache jetzt einen spezialen cheat code wenn ich jetzt die kiste so öffne ich krieg automatisch einen import mindesten so viereck zweimal dreieck zweimal und kreis zweimal das hat pk pixel so ähnlich gemacht und da hat es halt fünfmal geklappt ehrlich ja wirklich nicht schlecht das möchte ich haben also zweimal viereck zweimal dreieck und zweimal kreis das ist wunder das bewirkt wunder meine ich das ist wunder dann machst du mal wenn man jetzt ein x macht kriegt man exotik ha ich weiß nicht ob ich das x jetzt schnell genug gemacht habe war lang zu langsam aber ist cool ja noch ein bisschen weiter so voll die verarsche ich gucke jetzt weg und dann ist es weiter nein es ist nicht okay dann warte du machst die augen zu und ich mache jetzt dann machst du das letzte echt ja okay dann drücken wir zusammen und macht die augen zu ich kann ich zwei sachen auf einmal machen du hast sie jetzt doch gleichzeitig gemacht dann lass sie zu nee aber ich sehe nichts okay das scheiße ich okay mach sie nicht wieder auf ja lass sie am besten zu das ja und dann werde ich mit einem rentier bestraft ist okay ich hasse dieses vieh guck mal wie es einen anguckt so von wegen du hast es nicht verdient du kacksau das hast du jetzt nicht gesehen ich dring den controller jetzt einmal um ich dring den controller jetzt einmal um ihr müsst den knopf drücken ja genau drückt smasht für bildschirmschäden kommen wir aber nicht auf das ist okay ist halt nicht ist halt leider nicht painted aber das ist schon okay die sehen hübsch aus die kann man ruhig einmal im inventar haben ja finde ich schon so und jetzt müsst ihr die augen zu machen jetzt machen wir alle die augen zu alle okay warte ich muss aber erst auf das ja gehen okay 3 2 1 komm auch du ich sehe das komm nur nimmst du keine namen von dem wir wüssten dir ausgucken nicht okay nur vom geräusche hören ist okay hatte ich noch nicht jetzt öffne ich mit diesem key der key ist nämlich gut kommt schon irgendwas richtig geiles vielleicht oder import import reicht nicht das rentier guck mal ich glaube das ist es ist painted ich sehe es nicht ich glaube es ist painted sieht painted aus nein das sah vorher auch schon painted aus es ist nicht painted keine ahnung die sehen halt irgendwie orange aus die glocken das waren jetzt 45 crates muss man sagen 45 crates und nichts sonderlich geiles ich habe schon bessere sachen gesehen ja wobei die die das nervt mich jetzt echt ja warte mal was solltest du noch mal haben ich wollte das schneeding ist ein import okay das da okay ich glaube wir können auch kein upgrade mehr von den very rares machen wir können mal gucken aber ich glaube es geht nicht mehr ich glaube das war das letzte eine zuckerstange ne nein nicht der banner ne ne geht nicht oder wir gucken mal wir gucken einfach mal weil wenn wir jetzt danach noch ein uptrade machen könnten dann mache ich es aber ich glaube es sieht nicht so aus nein nein hier oben kann man auch nochmal ja ich mache mal ein feiertags ding kannst ein weihnachtskranz ein weihnachtskranz für noch zwei wir haben noch den weihnachtskranz ehrlich gesagt ein behalten das ist die frage das und ein davon ne krass haben wir echt nur so wenig heftig ne weil die erste hälfte lief halt voll gut so da haben wir sechs geholt und in der zweiten hälfte haben wir anscheinend zwei geholt zwei haben wir geholt hm komm jetzt es wird ein normales wonderment sein wenn man jetzt einmal rechts einmal links einmal rechts einmal links macht wird das was gutes oh burnt sienna es ist burnt sienna scheiße ja scheiße aber zertifiziert auch noch lackiert zertifiziert aber das heißt nach 45 credits kann man sagen wir haben alle items gekriegt und wir haben ein painted wonderment so hätte auch normale sein können und ich finde es guck mal das sieht da muss ich noch was dinge dran machen stimmt so schlimm sieht das ehrlich gesagt nicht aus ich mach es mal drauf bam in vorbild es sieht halt es ist orange es ist orange ja nur das mittlere ist ein bisschen dunkel aber der Rest ja hier die normalen orangenen sachen sind halt also orange selber ist halt einfach leuchtender das ist bei allen sachen so auch bei den apex zum Beispiel ne guck mal das außen an den rädern das ist orange das innen ist halt ein bisschen dunkler ja ich danke euch fürs zuschauen in eurer zeit ich wünsche euch einen schönen tag tschüss 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 tschüss